Offshore-Windanlagen sind offiziell die größten rotierenden Maschinen der Welt. Was die kürzlich von Siemens abgespaltene Siemens Energy AG damit zu tun hat, wie ihre Zukunftsaussichten und Kennzahlen sind, das und vieles mehr erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei! Ich bedanke mich bei meinen Kanalmitgliedern der Stufe Fan mit Herz. Namentlich sind dies Jan Engelmann, AG, Leon Späth, Fabian Marquardt und Dominik Dörr. Wenn auch du wissen möchtest, welche Vorteile Kanalmitglieder besitzen, dann klicke unter dem Video auf den Button Mitglied werden. In unserer Aktienanalyse zur Siemens AG haben wir schon vor einigen Monaten darauf hingewiesen, dass mit der Abspaltung der Siemens Energy AG die Siemens Energiesparte bald als einzelne AG eben an der Börse handelbar sein wird. Bereits seit Beginn des 20. Jahrhunderts war Siemens im Energiesegment aktiv mit den Siemens Schuckertwerken. Von 1906 bis 1910 stellte die Firma übrigens auch Automobile her, vornehmlich Elektroautos wie die elektrische Viktoria. Im Zweiten Weltkrieg, ein düsteres Kapitel, war es dann Munition unter Anstellung von KZ-Häftlingen, die in den Schuckertwerken hergestellt wurde. Seit 1969 gab es in der Siemens AG dann den Bereich der Energietechnik, der 2008 in dem Energiesektor von Siemens neu gebündelt wurde. Heute umfasst die Siemens Energy AG die Sparte Siemens Gamesa Renewable Energy, von der 67% der Siemens Energy AG gehören, in der es um Windenergie geht, Onshore und Offshore. Diese ist übrigens eigenständig an der Börse unter der WKN A0B5Z8 handelbar. Die zweite Sparte in der Siemens Energy AG trägt den Namen Gas & Power, die sich grundsätzlich in die Bereiche Generation, Industrial Application, Transmission and New Energy aufteilt. Der Fokus liegt hier aber auf der Öl- und Gasbranche, wie beispielsweise auf der Errichtung von Pipelines, Entwicklung von Öl- und Gasraffinerien oder eben auch Elektrolyseanlagen für grünen Wasserstoff. Widmen wir uns zunächst dem Thema Windenergie und Siemens Gamesa. Die jährlich weltweit installierte Leistung, die durch Windenergie erzeugt wird, liegt 2020 jenseits der 700.000 Megawatt. 2010 waren es noch 200.000 Megawatt weltweit. Anhand des Graphen lässt sich leicht erkennen, Windenergie ist per se weltweit im Kommen. Der jährliche Zubau sieht ebenfalls ein klares Wachstum vor. Vor allem 2020 konnte beinahe ein Zuwachs von 100.000 Megawatt Leistung erzielt werden. Das größte Wachstum seit mehr als 10 Jahren im Markt. Dieses Wachstum ging 2020 vor allem auf China und die USA zurück. Alleine China installierte mehr als 50.000 Megawatt an Leistung neu. Die USA kommen hier gerade einmal auf etwas mehr als 15.000 Megawatt, während Brasilien, Deutschland und die Niederlande abgeschlagen dahinter rangieren. Siemens Gamesa, die Gesellschaft ist in Spanien beheimatet, liegt mit ca. 10 Milliarden Euro Umsatz, dabei weltweit auf Rang 3, der größten Hersteller der Welt hinter Vestas und General Electric, also GE, Renewable Energy aus den USA. GE erzielt dabei mehr als 13 Milliarden Euro Umsatz, Vestas knapp 12 Milliarden. Wenn wir die Windenergie jetzt auf Onshore-Windenergie herunterbrechen, also auf die Stromerzeugung aus Wind an Land, dann sehen wir, dass Siemens hier mit etwas mehr als 10% Marktanteil weltweit auf Rang 4 platziert ist. Die ersten Plätze teilen sich Vestas Goldwind aus China sowie GE aus den USA. Dabei liegt Vestas als Spitzenreiter bei ca. 18% Marktanteil. Der Offshore-Marktanteil von Siemens Gamesa, also die Stromerzeugung durch Wind auf See, liegt bei unglaublichen knapp 60% weltweit. Dieses Mal liegt Siemens deutlich vor Vestas, wenn gleich wichtig zu wissen ist, dass der Markt für Offshore-Windenergie deutlich kleiner ist als der Markt für Onshore-Windenergie. Das Unternehmen auf Platz 3 aus Deutschland mit dem Namen Senvion wurde übrigens im April 2020 von der Siemens Gamesa übernommen. Somit gehört dieser Konkurrent dann mittlerweile zur Siemens Gamesa Renewable Energy. Die andere Geschäftseinheit mit dem Namen Gas & Power bringt Siemens immerhin in dem Ranking der führenden Gasturbinenhersteller bis 2025 den zweiten Platz ein. Hinter General Electric Energy, die hier mit 45% Marktanteil erneut deutlich besser platziert sind, rangiert Siemens mit ca. 30% Marktanteil dahinter. Im Ranking der Gas- und Flüssigbrennstoffkraftwerke weltweit im Jahr 2017 rangiert Siemens ebenfalls auf dem zweiten Platz mit ca. 26% Marktanteil hinter GE, die auf 28% kamen. Wir vergeben in der Kategorie der Marktposition sehr gute 4 von 5 Sterne. Siemens Energy kann vor allem in der Offshore-Windenergie eine überragende Marktposition erzielen. Vielmehr ist es die Tochterfirma Siemens Gamesa. In den meisten Teilmärkten sind sie vorne mit dabei, wobei General Electric und Vestas noch deutlich die Nase vorne haben insgesamt, wenn es um das Thema Windenergie, aber auch um den Bereich Gas & Power geht. Folgt auf Instagram dem Kanal TechAktien, um keine News von den Börsen dieser Welt zu verpassen. Der Kanal versorgt dich mit kleinen Aktienanalysen und sorgt mit guten Memes auch immer wieder für gute Laune. In der Umsatzentwicklung der Siemens Energy, basierend auf den ehemals zur Siemens AG gehörenden Sparten, Siemens Gamesa und dem Segment Gas & Power, sehen wir, dass der Umsatz rückläufig ist. 2017 waren es noch mehr als 30 Milliarden Euro, die umgesetzt werden konnten, 2020 dann nur noch 27,5 Milliarden. Das EBIT, also das operative Ergebnis vor dem Abzug von Zinsen und Steuern, ist ebenfalls rückläufig, wobei das Jahr 2020 von Restrukturierungen im Rahmen der Ausgliederung und Neugliederung der Siemens Energy geprägt war. Hier wurden zudem einige Stellen abgebaut, was kurzfristig hohe Kosten verursacht hat. Von diesen Umstrukturierungen erhofft sich Siemens Energy Ersparnisse in den kommenden Jahren. Die EBIT-Margen sehen daher zurzeit nicht sonderlich gut aus. Von auch schon schlechten 5% im Jahr 2017 sank die Marge dann zuletzt auf unter minus 7%. Allerdings konnte die Fremdkapitalquote, auch durch Investitionen, im Jahr 2020 gesenkt werden, auf 64% von mehr als 76% noch im Jahr 2017, was den Verschuldungsgrad leicht verbessert hat. Steigende Zinsen könnten jedoch trotzdem ein Thema für das Unternehmen werden. Eine Dividende zahlt Siemens Energy noch nicht, was sicherlich kein Pluspunkt ist. Die Unternehmen im Energiesektor zeichnen sich in der Regel nicht durch enormes Wachstum im Umsatz und Gewinn aus, sondern vielmehr eher durch Stabilität, weswegen die Dividende bei vielen Konkurrenten ein gern gesehener Faktor ist. Schauen wir auf die Umsatzentwicklung speziell bei Siemens Gamesa, so sehen wir hier seit 2016 grundsätzlich einen positiven Trend. Lediglich im Jahr 2020 gab es einen Rückgang von 10 Milliarden Euro auf ca. 9,5 Milliarden Euro im Umsatz. Auch hier wurde 2020 ein Verlust im operativen Ergebnis erzielt. Dabei ist der Auftragseingang zuletzt bei Siemens Gamesa sehr positiv zu bewerten. Seit 2016 steigt die Nachfrage nach den Windkraftangeboten von Siemens Gamesa stetig an. Auch die installierte Leistung, vor allem aber auch noch Onshore, nimmt immer weiter zu. Der große Marktanteil bei den Offshore-Windenergieanlagen relativiert sich weiterhin, wenn man sich mal das Verhältnis der Leistung bei Siemens Gamesa intern anschaut. Die Sparte Gas & Power macht 2020 noch immer den wesentlichen Teil der Umsätze von Siemens Energy aus. 18 Milliarden Euro wurden hier seit 2018 jährlich umgesetzt. Ein Wachstum ist jedoch auch hier aktuell nicht zu sehen. Zeitgleich kam Siemens Gamesa auf dann zuletzt eben 9,5 Milliarden Euro. Allerdings verschiebt sich die Anzahl der Aufträge immer weiter in Richtung Siemens Gamesa. 2019 erhielt Gas & Power noch Aufträge in Höhe von ca. 21,2 Milliarden Euro wert. 2020 waren es dann nur noch 19,3 Milliarden. Siemens Gamesa hingegen steigerte seine Auftragslage von 12,7 Milliarden Euro im Wert auf 14,7 Milliarden. Beim Blick auf das Adjusted EBITDA legen beide Bereiche einen Rückgang von ca. 500 Millionen Euro plus im Jahr 2019 auf minus 700 Millionen Euro im Jahr 2020 hin. Die Entwicklung der Kennzahlen ist also stark durchwachsen. Aufgrund der Restrukturierung der Siemens Energy aus der Siemens AG sind die Zahlen stark beeinflusst durch Sondereffekte. Generell bleibt aber kein wesentliches Umsatzwachstum erkennbar, eher ein Shift von Gas & Power zur Siemens Gamesa, also hin zu erneuerbaren Energien, was grundsätzlich positiv ist. Die Fremdkapitalquote konnte zwar leicht verbessert werden, dennoch reicht es hier in der Bewertung nur für 2 von 5 Sterne. Und damit wären wir bei den Risiken von Siemens Energy. Das erste Risiko liegt im Segment Gas & Power begraben, die immer noch für ca. 2 Drittel des Umsatzes von Siemens Energy verantwortlich sind. Eine steigende CO2-Besteuerung oder eben eine Bepreisung würde dieses Segment sowohl kostenmäßig betreffen als auch im Hinblick auf die Auftragslage. Wer dieses Risiko eingrenzen möchte, für den ist vielleicht die Siemens Gamesa Renewable Energy Aktie als Investment attraktiver. Die Eintrittswahrscheinlichkeit von solchen politischen Regulierungen schätzen wir mit 80% sehr hoch ein, während die Schadenshöhe auf 7% geschätzt wird. Den Bereich Gas & Power treffen weitere Regulierungen natürlich hart, wobei das Segment Siemens Gamesa wiederum hiervon sogar ein bisschen profitieren könnte. Das zweite Risiko ist die Konkurrenz aus den Entwicklungsländern. Vor allem China mit einem gigantischen Energiebedarf setzt zunehmend auf eigene Lösungen. Gerade auch in den Themenbereichen der erneuerbaren Energien könnten so wichtige Märkte überhaupt verwehrt bleiben oder eben sogar neue globale Konkurrenten entstehen. Die Eintrittswahrscheinlichkeit schätzen wir hier auf 80% und die Schadenshöhe auf 6%. Das dritte Risiko sind hier die hohen Entwicklungskosten von neuen Produkten und damit auch verbunden das Risiko eines Fehlschlages. Die Entwicklung von neuen Produkten dauert in der Regel einige Jahre und Fehlschläge sind teuer und könnten das Unternehmen weit zurückwerfen. Da es sich hier nicht um digitale Produkte handelt, die auch schnell angepasst werden könnten, hätte die Auslieferung von fehlerhaften Produkten im schlimmsten Fall die Schließung oder das Herunterfahren von ganzen Kraftwerken zur Folge und damit verbunden auch eben Schadensersatzzahlungen. Die Eintrittswahrscheinlichkeit schätzen wir hier auf 20%, Siemens Energy wirbt vor allem auch mit seiner Zuverlässigkeit und die Schadenshöhe schätzen wir auf 8%. Insgesamt vergeben wir in der Kategorie der Risiken für Siemens Energy 2,5 von 5 Sterne. Das Geschäftsmodell und der Energiesektor im Allgemeinen bergen einige Risiken, besonders geprägt auch dadurch, dass Siemens Energy im Öl- und Gassegment noch stark tätig ist. Allerdings ist auch das Geschäft von Siemens Gamesa stark umkämpft und kein Selbstläufer in Zukunft. Dazu kommen wir aber auch noch in der Prognose. Bevor ich zur Prognose komme, habe ich eine wichtige Bitte an euch. Ich nutze keinerlei Affiliate-Links zu irgendwelchen Brokern und habe auch keine Werbepartnerschaft mit den Gezeigten oder anderen Unternehmen. Ihr unterstützt mich also damit, indem ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, einen Kommentar schreibt oder den Kanal abonniert. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der hier Woche für Woche so einen massiven Support leistet und sage einfach nur Danke, dass ihr da seid. Widmen wir uns in den Prognosen zunächst dem Potenzialfeld Windenergie von Siemens Gamesa. Dass die Investitionen in Windenergie stark abhängig sind von politischen Vorgaben, sieht man ganz gut am Beispiel in Deutschland. Zuletzt sind die Investitionen seit 2017 in Windenergieanlagen in Deutschland massiv zurückgegangen. 2017 wurden hier noch mehr als 10 Milliarden Euro pro Jahr ausgegeben. Aktuell sind es weniger als 2 Milliarden, also nur noch knapp 20 Prozent. Was auch damit zu tun hat, dass es immer mehr Einschränkungen vor allem für Onshore-Windanlagen gibt, die die möglichen Gebiete zum Ausbau stark eingrenzen. In China sind die Investitionen in Onshore-Windenergie deutlich umfangreicher, klar das Land ist ja auch viel größer, werden aber in den kommenden Jahren auch etwas zurückgefahren. Knapp 30 Gigawatt wurden hier 2020 neu installiert, während die USA auf ca. 17 Gigawatt kommen. In beiden Ländern sind die Investitionen aber ebenfalls rückläufig über die nächsten zwei Jahre. Für 2022 werden für die USA sogar nur noch 7 Gigawatt an Neuinstallationen prognostiziert. In Deutschland hingegen soll die Menge demnächst wieder ansteigen auf mehr als 3 Gigawatt im Jahr 2022. Aktuell gibt es in Deutschland zwei Offshore-Windpark-Bauprojekte, während China mit sieben Projekten auch in dieser Weltrangliste führt. Auch Belgien, Südkorea, Vietnam und die Niederlande legen hier bei den Offshore-Windparks nach. Global betrachtet legt die Asien- und Pazifikregion den größten Zubau an Windenergieanlagen hin. Logisch, hier wohnt ja auch ein Großteil der Weltbevölkerung. Afrika und der Nahe Osten setzen aktuell fast gar nicht auf Windenergie. Das Thema Offshore-Windenergie, wo Siemens Gamesa Marktführer ist, profitiert in den kommenden Jahrzehnten von diversen Technologiesprüngen, die dazu führen, dass der Dollarpreis pro Megawattstunde von über 170 US-Dollar auf ca. 70 US-Dollar sinken wird. Genau dieser Kostensprung kann, sofern Siemens seine Marktposition in diesem noch sehr kleinen Markt halten kann und sofern sie in der Entwicklung mithalten können, für Siemens sehr lukrativ sein, ist aber von vielen Eventualitäten über die kommenden Jahrzehnte geprägt, daher zwar eine Chance, aber auch ein Risiko zugleich. Das Investment in Offshore-Windenergie für die kommenden 20 Jahre wird in der EU, Prognosen zufolge, tatsächlich sogar am größten sein. Hier soll insgesamt sogar mehr Geld investiert werden, als China und die USA zusammen auf den Tisch legen. Die setzen dann eher auf Onshore-Windenergie. Im Hinblick auf die dichte Besiedlung von Europas Landmasse ist Offshore-Windenergie allerdings auch eine sinnvolle Lösung. Wichtig in der Entwicklung der Offshore-Windenergie sind vor allem Lösungen dafür, dass diese Anlagen auch in Meerestiefen von mehr als 50 Metern installiert werden können, um mehr Ausbaugebiete zur See erschließen zu können. Offshore-Windparks können grundsätzlich verhältnismäßig schnell im Gigawatt-Maßstab in der Nähe dicht besiedelter Küstengebiete errichtet werden. Genau das macht Offshore-Windenergie zu einer wichtigen Ergänzung des Technologieportfolios eines Landes oder einer Region, um eben den Energiesektor kostengünstig zu dekarbonisieren. Was wiederum für Siemens Energy ein wichtiger Anker ist, da die Sparte Gas & Power hier eher schlechte Fußstapfen hinterlässt. Laut der Analyse von IRENA, verlinkt findet ihr den Artikel unten in der Videobeschreibung, muss die Windenergie insgesamt bis 2030 zur führenden Energieerzeugungstechnologie werden, um eine Dekarbonisierung der Weltwirtschaft zu gewährleisten. Das ist mal ein ehrgeiziges Ziel. Um dieses Ziel zu erreichen, muss bis 2030 eine installierte Windkapazität von 1.990 Gigawatt, von der wiederum Offshore-Windenergie ca. 280 Gigawatt liefern würde, erreicht werden. Das zeigt allerdings auch, der Markt für Offshore-Windenergie wird auch in den kommenden Jahren deutlich kleiner bleiben als der Markt der Onshore-Windenergie weltweit. Die Gas & Power-Sparte von Siemens Energy sollten wir aber auch nicht außen vor lassen. Hier sollen Anlagen zur Generierung von grünem Wasserstoff hergestellt werden. Interessant dabei, in einem rund 120 Millionen Euro teuren Projekt plant Siemens Energy eine Offshore-Windturbine, die bereits vor Ort im Meer aus dem erzeugten Strom Wasserstoff herstellen soll und über Pipelines zu den Kunden weiterleiten soll. Dieser Ansatz ermögliche einen netzunabhängigen Betrieb und verringere die Herstellungskosten für Wasserstoff enorm, heißt es in einer Mitteilung von Siemens Energy und Siemens Gamesa. Gleichzeitig ließen sich mehr und bessere Windstandorte für die Wasserstoffproduktion nutzen. Den Artikel dazu aus dem Handelsblatt habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Mit einem Blick auf Unternehmen wie ThyssenKrupp, Salzgitter oder Evonik gibt es natürlich auch deutschlandweit schon haufenweise Projekte, die beim Thema Wasserstoff entwickeln, forschen und investieren. Demnach sieht sich auch die Lösung von Siemens Energy einer starken Konkurrenz ausgesetzt, was bedeutet, nur weil das Thema Wasserstoff draufsteht, heißt es nicht, dass dies garantiert ein rentables Erfolgsmodell wird. In unserer Analyse zum ersten Wasserstoff-ETF, verlinkt oben auf dem i und in der Videobeschreibung, sind wir auf die möglichen Szenarien im Wasserstoffmarkt sehr detailliert eingegangen. Hier wurde deutlich, dass sich noch keine führende Lösung im Bereich Wasserstoff etabliert hat und dass die Prognosen zur Nutzung des grünen Wasserstoffs in Zukunft noch sehr weit auseinander gehen. In der Prognose für Siemens Energy vergeben wir insgesamt dreieinhalb von fünf Sterne. Natürlich ist das Unternehmen vor allem von den beiden Themenfeldern Windenergie und Wasserstoff getrieben. Allerdings darf man dabei nicht vergessen, dass der aktuelle Umsatz mit Anlagen für die Öl- und Gasförderung immer noch das wesentliche Standbein ist. So gut risikoreich und chancenreich auch die Felder der Windenergie und Wasserstoff in Zukunft sind, so wichtig wird es auch sein, dass die Unternehmensstruktur immer wieder auf die wechselnden Umwelteinflüsse angepasst wird, um eben im Markt mithalten zu können. In der Marktposition haben wir vier von fünf Sterne vergeben, da Siemens Energy weltweit in seinen unterschiedlichen Produkt- und Marktsegmenten vorne mit dabei ist. Für die Kennzahlen erhielt Siemens Energy lediglich zwei von fünf Sterne, auch wenn anzumerken ist, dass das erste Quartal im Jahr 2021 deutlich besser gestartet ist im Vergleich zu den Vorjahren. Für die Risiken haben wir zweieinhalb von fünf Sterne vergeben. Wir bewegen uns hier eindeutig in einem risikoreichen Markt. In der Prognose erhielt Siemens Energy dreieinhalb von fünf Sterne. Im Durchschnitt erhalten wir also ganz gute drei Sterne. Meine persönliche Meinung kommt jetzt zur Siemens Energy Aktie. Man darf sich hier nicht von Buzzwords, Windkraft oder erneuerbaren Energien im Allgemeinen oder eben Wasserstoff leiten lassen. Aus Sicht der Siemens AG war die Ausgliederung der Energiesparte sicherlich hilfreich, da Siemens Energy, wie wir in diesem Video auch gesehen haben, nicht durch starke finanzielle Kennzahlen überzeugt. Gleichzeitig gäbe es für Anleger auch die Möglichkeit, direkt in die Aktie von Siemens Gamesa zu investieren. Es stellt sich für mich also die Frage, wenn ich schon in den Energiesektor von Siemens investieren möchte, sollte ich dann tatsächlich überhaupt auf Siemens Energy setzen, wo der Fokus zumindest umsatztechnisch weiterhin eher auf der Gas and Power Sparte liegt? Oder setze ich einzeln nur auf die Siemens Gamesa Renewable Energy bzw. eben deutlich stecke auf die Sparte der erneuerbaren Energien von Siemens? Tatsächlich muss ich dazu sagen, ich persönlich kaufe oder halte überhaupt keine Aktien an Siemens Energy oder Siemens Gamesa. Das Geschäftsmodell bzw. ihre gute Marktposition im Offshore-Windenergie-Bereich sind sicherlich sehr spannend und auch die Projekte zum Thema Wasserstoff klingen interessant. Allerdings ist der Energiesektor sehr anlagen- und damit auch kostenintensiv sowie eben auch stark zyklisch. Außerhalb eines ETFs kommen mir daher einzelne Aktien nicht in mein Portfolio. Abgesehen davon sind sowohl Siemens Energy als auch Siemens Gamesa zuletzt sehr stark im Kurs gestiegen und liegen bei KGVs zwischen 40 und 60, was für den Energiesektor schon durchaus hoch ist. Unsere Kanalmitglieder können übrigens abstimmen, welche Aktie bzw. welchen ETF ich in der kommenden Woche analysieren soll. Vergesst dabei nicht, den Abo-Knopf zu drücken, falls ihr es noch nicht getan habt. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund. Dieses Video ist keine finanzielle Anlagenberatung, wirkliche Verluste durch den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren können wir nicht haftbar gemacht werden. Dieses Video ist die einzige und alleine Unterhaltung.